We gave the world an original. You gave us a thousand back. Im Rahmen der globalen Adidas Originals Kampagne wurde die Kategorie Originals mit den Medienpartnern Title Mac, Nylon, Solo und Das Wetter neu ausgerichtet. Die Lifestyle Kampagne feiert den authentischen Ursprung von Adidas Originals in der Street Culture. Vier individuelle Printmagazine mit aufstrebenden Talenten aus Musik, Streetball, Tanz und Skateboarding wurden als The Originals Issues veröffentlicht und über exklusive Wege verteilt. Ziel war es, lokalen Talenten eine Plattform zu bieten und Adidas im subkulturellen Umfeld zu festigen. Outdoor-Form-Specials mit den Talents, gezielte Seeding, Release-Events und Social Media verstärkten die Aktivierung in der Szene nachhaltig. Übergreifend erzielte die Kampagne 410 Millionen Kontakte und eine Zielgruppenreichweite von über 90 Prozent.